So, da sind wir wieder mit unseren Tipps für den 26. Spieltag. An dieser Stelle nochmal besten Dank an die Jungs vom Sportprofi. Mit denen haben wir uns letzte Woche ein bisschen ausgetauscht. Die haben auch unser Video gepostet, ein bisschen Werbung für uns gemacht. Und wer Bock auf gute Kombis hat, den verlinken wir hier unten nochmal, die Jungs von Sportprofis. Was wir dieses Wochenende anspielen, das seht ihr jetzt. Tipp-Weltmeister. Sportwettentipps. Analysen. Coaching. Hamburg gegen Hertha. Ich sage es so wie es ist. Schwer zu analysieren gewesen, die ganze Bude. Das ist Not gegen Elend. Wir haben nach langem hin und her uns darauf geeinigt, dass wir den Schein mit der doppelten Chance des HSV anspielen. Und kick-tipptechnisch wird es ein 1 zu 0. Köln gegen Bremen. Ja, die Kölner haben gegen Dortmund ganz gut standgehalten. Haben auch gegen Frankfurt gut gespielt. Sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen. Treffen ja hier auf Bremen. Das heißt, Bremen kommt nach Köln. Die Bremer haben auswärts neun Punkte aus fünf Spielen geholt. Ja, in letzter Zeit auch eine gute Leistung mal wieder geliefert. Stehen auch auswärts besser da als die Kölner zu Hause. Nichtsdestotrotz haben wir hier gesagt, dass wir den Kölnern vorheimischem Publikum mehr zutrauen. Tippen deshalb Asia Handicap 0 für die Kölner. Beziehungsweise kann man auch sagen, Bremen schießt mindestens ein Tor. Und auf den Kick-Tipp-Schein nehmen wir ein 2 zu 1. So, Paderborn, Hoffenheim. Die Paderborner sind oder sollten zumindest im Abstiegsmodus sein. Daher geht man von aus, dass die kämpfen und fighten. Das, was wir von Paderborn bisher gesehen haben und so erwarten wir sie auch, ist eher die zahnlose Variante. Hoffenheim schnuppert schon fast die Luft auf dem sechsten Platz. Da wird es langsam international, wenn sie sich noch ein bisschen anstrengen. Somit werden die hier auch gut fighten und sich nicht unter Wert verkaufen. Unser Tipp an dieser Stelle ist ganz klar Sieg Hoffenheim. Und das Ganze kicktipptechnisch mit einem 1 zu 2. Schalke Leverkusen. Ja, der 5. trifft auf den 4. Das ist auch so ein Spiel, wo wir uns sehr schwer getan haben. Ich glaube, wir haben heute einen Spieltag mit den schweren Begegnungen. Wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Wir haben lange gesucht, viel analysiert. Alte Videos sind wir durchgegangen. Alte Begegnungen auch, ja, dementsprechend. Aber na gut, wir haben das Beste draus gemacht. Bei Schalke ist es so, die haben auch die letzten 5 Vereinsspiele sind sie ungeschlagen. Hingegen muss man natürlich sagen, die haben mit Verletzen zu kämpfen. Fährmann als Torwart fällt aus, Chubo Muteng, Aogo und zudem ist Höwedes Gelb gesperrt. Das heißt, da fehlen ein paar richtig wichtige Spieler. Ja, bei Leverkusen ist es so, im Prinzip sind beide auf Augenhöhe. Aber die Leverkusener haben jetzt 3 Siege im Rücken und spielen in Top-Besetzung. Deshalb lautet unser Tipp hier doppelte Chance für die Leverkusener. Beziehungsweise kann man auch ein Over 2,5 anspielen, unserer Meinung nach. Und tippen bei Kicktipp oder für Kicktipp ein 1 zu 2. Hannover 96 empfängt an diesem Wochenende Dortmund. Die Hannover 11 sucht aktuell nach ihrer Form. Wir haben sie nicht versteckt. Wir sind unschuldig. Aber wir gehen auch stark von aus, dass sie an diesem Wochenende die Mega-Form nicht mehr erreichen werden. Wer gegen Stuttgart nicht punktet, der hat es gegen Dortmund definitiv schwer. Ja, die Elf aus Dortmund, da sieht es aktuell so aus, dass dort einige Spiele abgefackelt wurden ohne Niederlage. Aber jetzt wird es wieder mal Zeit für 3 Punkte. Das sind sie den Fans schuldig. Und ich gehe stark von aus oder wir gehen stark von aus. Die werden dieses Wochenende fallen. Somit ist unser Tipp an diesem Wochenende für den echten Schein die doppelte Chance Dortmund. Beziehungsweise Asie Handicap 0. Und Kicktipp-technisch spielen wir das 1 zu 2. Mainz, Wolfsburg. Ja, die Mainzer haben gegen Augsburg überzeugt. Auch gegen Gladbach richtig gut gespielt. Mittlerweile haben sie wieder richtig gut, oder haben sie gut ins Spielgeschehen gefunden. Treffen auf Wolfsburg. Gut, Wolfsburg ist auf der Auswahlstabelle der Zweitbeste, auch natürlich in der Liga. Nicht zu vergessen, haben sie gegen Freiburg richtig gut gespielt. Das heißt, sie haben richtig guten Lauf, auch international in der Europa League sind sie weit vorn dabei. Werden wahrscheinlich auch eine Runde weiterkommen, davon gehen wir aus. Haben uns aber auch hier ein bisschen schwer getan, sind aber nach den Analysen trotzdem zu einem Sieg der Wolfsburger gekommen. Und tippen ein 0 zu 2 für Wolfsburg. Freiburg gegen Augsburg. Das ist auch eine Partie, wie so fast alle an diesem Wochenende, bei der wir uns sehr schwer getan haben. Wir haben lange analysiert, sind tief wirklich eingestiegen. Haben hier bei diesem Duell sogar mögliche Aufstellungen durchgespielt und die gegenübergestellt, um zu schauen, wo sind die Einzelperformer. Am Ende des Tages legen wir uns jetzt hier fest und sagen, Asia Handicap, Augsburg. Und Augsburg macht das ganz höchstwahrscheinlich mit einem 1 zu 2. Bayern gegen Gladbach. Ja, da braucht man nicht so viel zu sagen. Sieben Spiele ungeschlagen die Bayern, davon sechs Siege. Treffen jetzt auf Gladbach. Gladbach ist aber auch seit fünf Spielen ungeschlagen, davon drei Siege. Haben in der Hinrunde 0-0 gegen die Bayern gespielt, richtig gut gefaltet. Als eine der wenigen Mannschaften. Wir glauben aber allerdings, dass es diesmal nicht so leicht werden wird. Oder was heißt leicht. Aber dass es mit einem 0-0 ungeschlagen davon geht. Tippen deshalb hier erstmal auf ein Under 3,5. Weil wir glauben, dass die Bayern mit 2 zu 0 gewinnen werden. So, das letzte Spiel am 26. Spieltag ist Stuttgart gegen Frankfurt. Stuttgart fungiert eigentlich in der letzten Zeit, oder was heißt in der letzten Zeit, eigentlich die ganze Zeit, nur noch als Punktelieferant. Die stehen mit mehr oder weniger einem oder fast schon zwei Beinen in der 2. Liga. Ich glaube, oder wir glauben, da ist nicht mehr viel zu erwarten. Die Frankfurter sollten ein leichtes Spiel haben. Und sagen daher, Sieg Frankfurt und das Ganze mit einem 0 zu 2. Ja, so sind wir schon wieder durch mit unseren Tipps für den 26. Spieltag. Jetzt am Wochenende kommen die Jungs von fußball-tipps.tv vorbei. Die haben wir eingeladen. Mit denen waren wir eine ganze Zeit lang am, naja, haben wir jetzt immer am Austauschen über Facebook, WhatsApp und so weiter und so fort. Haben auch mal mit denen telefoniert. Die sind bei uns jetzt im Braunschweig in der Gegend. Und wenn ihr Bock habt, die Jungs hier auch mal auf dem Channel zu sehen, dann lasst einen Daumen hoch da. Oder schreibt alles einfach in die Kommentare. Was sollen wir die Jungs von fußball-tipps.tv fragen? Habt ihr überhaupt Bock drauf? Wäre an dieser Stelle für uns interessant. Und ja, sonst bleibt da nichts anderes zu sagen als viel Erfolg und bis zum nächsten Wochenende. Ciao.